Der Begriff Webinar wird oft etwas ungenau für verschiedene Formen von Live-Online-Veranstaltungen verwendet. In diesem Video zeigen wir auf, was mit Videokonferenz-Technologien grundsätzlich möglich ist. Wir unterscheiden zwischen eigenständigen Formaten, also Standalone-Webinare, bei denen das Live-Online-Meeting das ganze Format ausmacht und Live-Online-Veranstaltungen, die Teil eines größeren Bildungsformats sind. Schauen wir uns zuerst einmal die eigenständigen Formate an. Dazu gehören der Online-Vortrag, die Online-Podiumsdiskussion, der Online-Workshop, die Online-Sprechstunde und die Online-Führung. Online-Vorträge oder Podiumsdiskussionen eignen sich vor allem dann, wenn man strukturiert einen bestimmten Content vermitteln möchte. Das geht auch bei großen Webinaren mit über 100 Teilnehmerinnen. Im Vergleich zu einem Vortragsvideo hat man damit den Vorteil, dass die Referentinnen und das Podium live miteinander diskutieren können, zum Beispiel durch Video-Zuschaltung oder im Chat. Man kann natürlich auch Abstimmungen oder andere interaktive Elemente einbauen. Online-Workshops oder Gesprächsrunden eignen sich gut für kleinere Gruppen. Dabei gibt es kein Podium, sondern alle sitzen auf Augenhöhe zusammen und diskutieren gleichberechtigt. In größeren Gruppen kann man das mit Hilfe sogenannter Breakout-Rooms umsetzen. Dabei werden die Teilnehmerinnen vorübergehend in kleinere Untergruppen aufgeteilt und kommen dann später wieder in der Großgruppe zusammen, um die Ergebnisse zu diskutieren. Als Online-Sprechstunden bezeichnet man Termine ohne fixe Agenda, die online per Videokonferenz-Tool durchgeführt werden. Man kann Online-Sprechstunden auch so organisieren, dass man mehrere Vier-Augen-Gespräche hintereinander durchführt und die Terminanmeldung und Terminkoordination mit Hilfe von Online-Tools organisiert. Bei interaktiven Online-Führungen überträgt der Veranstalter oder die Veranstalterin live von der Handykamera in den Online-Webinarraum. Damit kann man dann zum Beispiel einen Stadtspaziergang oder eine Führung veranstalten, zum Beispiel durch ein Museum oder durch eine Bibliothek. Ein Live-Online-Format kann auch eine Erweiterung eines Präsenzformats darstellen, also eine sogenannte hybride Veranstaltung. An einer hybriden Veranstaltung kann man einerseits vor Ort, also im Präsenz teilnehmen, oder man schaltet sich von außerhalb zu. Das bedeutet, es können auch Personen, denen eine Anreise zum Veranstaltungsort nicht möglich wäre, an der Veranstaltung teilnehmen. Live-Online-Veranstaltungen müssen aber nicht immer ein eigenständiges Format darstellen. Sie können auch Teil eines größeren Bildungsformats sein. Zum Beispiel in Form einer Online-Tagung oder als sogenanntes Flipped-Webinar, als Webinarreihe, als Tagesworkshop mit eingebundenen Webinaren oder als Lehrgang mit eingebundenen Webinaren. Bei einer Online-Tagung können zum Beispiel mehrere Online-Vorträge hintereinander stattfinden. Dabei ist es empfehlenswert, mindestens alle eineinhalb Stunden eine Pause zu machen und auch eine längere Mittagspause einzuplanen. Interaktive Elemente wie zum Beispiel Publikumsbeteiligung per Chat oder per Umfrage können so eine längere Vortragsserie auflockern. Bei einem Flipped-Webinar beschäftigen sich die Teilnehmerinnen schon vor dem eigentlichen Live-Termin mit den Inhalten. Zum Beispiel indem sie Inhalte anhand von Texten oder Videos erarbeiten, eine Befragung beantworten oder sich auf einer Lernplattform vorstellen und eine Übung hochladen. Der eigentliche Live-Online-Termin wird dann dafür genutzt, das Gelernte in der Gruppe zu diskutieren. Bei einer Webinarreihe finden mehrere thematisch zusammenpassende Webinare oder Live-Online-Veranstaltungen in einem längeren Zeitraum statt. So können die einzelnen Veranstaltungen kürzer gestaltet werden und die Zeit zwischen den Terminen kann eine Gelegenheit darstellen, die Inhalte in der Praxis zu erproben und dann beim nächsten Termin zu reflektieren. Bei einem Tages-Workshop kann man Live-Online-Formate zwischendurch einbauen. So kann man zum Beispiel in der Früh einen gemeinsamen Beginn schaffen, bevor dann die Teilnehmerinnen selbstständig weiterarbeiten. Nach so einer längeren Selbstlernphase hat man mit einem Webinar die Möglichkeit, die Erkenntnisse wieder in der Großgruppe zusammenzuführen und kann so am Ende des Tages auch den Workshop abrunden. Auch bei einem Lehrgang können einzelne Termine als Live-Online-Veranstaltungen abgehalten werden. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn man aufgrund der äußeren Gegebenheiten nicht die Möglichkeit hat, Präsenztermine durchzuführen. Dazwischen arbeiten die Teilnehmenden selbstständig online und werden von der Lehrgangsleitung begleitet. Es gibt natürlich verschiedene Beispiele, wie man einen solchen Lehrgang abhalten kann. Zum Beispiel auch wie hier mit einem Online-Test und einer Endbesprechung in einer Live-Online-Veranstaltung. Soweit ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, Live-Online-Formate als eigenständige Veranstaltung oder als Teil eines größeren Bildungsformats umzusetzen. In Zukunft werden hier sicher auch noch weitere Möglichkeiten folgen. Wir wünschen viel Freude dabei!